Die Top 5 Besten Magnetischen Spültuchhalter Ich habe mir den Drip.Line Abtropfer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Naturmaterial Kork ist nicht nur umweltfreundlich, sondern sieht auch sehr hochwertig aus. Der Abtropfer ist multifunktional und bietet Platz für Spültücher, Spülbürsten und Utensilien. Dadurch bleibt meine Spüle immer ordentlich und aufgeräumt. Besonders praktisch finde ich den Spültuchhalter, der das Tuch besser trocknen lässt und somit Geruchsbildung verhindert. Ich kann den Drip.Line Abtropfer jedem empfehlen, der eine praktische und umweltfreundliche Lösung für seine Spüle sucht. Ich habe mir den Kitchen Lab Co. Geschirrtuchhalter mit Klebestreifen in der Farbe Schwarz-Edelstahl zugelegt und bin sehr zufrieden. Es war super einfach ohne Bohren zu montieren, denn der Halter wird einfach an die Wand geklebt. Das Design ist schlicht und elegant und der Halter macht einen robusten Eindruck. Das Material fühlt sich hochwertig an und ich bin sicher, dass er auch längerfristig halten wird. Ich benutze den Halter in meiner Küche und erhält meine Geschirrtücher perfekt. Eine klare Kaufempfehlung Ich habe mir den Magnus Schwammhalter für meine Küche gekauft und bin absolut begeistert von diesem Produkt. Der magnetische Halter aus rostfreiem Edelstahl ist sehr stabil und hat die perfekte Größe für meine Spülschwämme. Das Design ist modern und passt gut zu meiner Kücheneinrichtung. Ich mag auch, dass der Halter einfach zu reinigen und langlebig ist. Ich kann den Magnus Schwammhalter jedem empfehlen, der eine einfache und praktische Lösung für die Aufbewahrung von Schwämmen und Spültüchern sucht. Ich habe den Ex-Leko Küchenrollenhalter magnetisch gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Design ist sehr modern und der Halter passt perfekt zu meiner Küche. Ich liebe, dass der Halter magnetisch ist, da ich ihn einfach an meinen Kühlschrank hängen kann, ohne Löcher bohren zu müssen. Die Adsorption ist sehr stark und hält die Papierrolle sicher an ihrem Platz. Der Edelstahl und die schwarze Farbe sind sehr elegant und passen zu jeder Einrichtung. Insgesamt würde ich diesen Küchenpapierhalter definitiv empfehlen. Ich bin begeistert von diesem Schwammhalter für die Küche. Er hängt praktisch am Spülbecken und ich kann meinen Spülschwamm immer gut verstauen. Die Halterung ist aus Metall und daher sehr robust und wasserdicht. Zudem muss ich keine Löcher in die Küchenwand bohren, was ich super finde. Der schwarze Halter fügt sich zudem optisch gut in meine Kücheneinrichtung ein. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der eine praktische und platzsparende Lösung für seine Spülschwämme sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.